Warum sitzen Sie hier? Ja, weil es heute ein schöner Tag ist und die Sonne scheint und man nutzt die Gelegenheit noch, weil es ja jetzt Richtung Herbst geht und die Sonnenscheindauer wird immer knapper. Das war's schon. Und wie gefällt Ihnen der Schlossgarten Charlottenburg? Sehr gut. Wir sind ja hier in der Nähe heimisch und wir nutzen den sehr oft. Ja, und warum sitzen Sie hier? Ach, ich genieße das. Der Blick einfach hier ins Grüne und die Natur, alles noch ein bisschen einfacher. Und Sonne ist doch irgendwie wichtig fürs Wohlbefinden. Ach, 100 pro, 100 pro Jahr. Und dann so ein schöner Ort. Ja, genau. So historisch, nicht? Also sehr schön. Also wie gesagt, wir wohnen hier in der Nähe und nutzen also den Garten. Und schätzen Sie auch, dass es hier Schafe gibt? Ja, ja, das finde ich ganz toll, vor allen Dingen, weil erstens mal ist der natürliche Rasenmäher und für Familien ist es sehr schön mit Kindern hierher, mit unseren Enkelkindern. Also es macht Freude. Und es ist ja ein Marienkäfer im Haar. Aha. Der krabbelt gerade. Ja, ja, ist hier eine richtige Invasion. Die kommen von hier irgendwie aus dem Gras, schätze ich mal. Wenn man die Augen so ein bisschen schließt, dann sieht man, wie sie hier angeflogen kommen. Kitzelt ein bisschen. Ja, ja. 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 Ja.